Tasten vertauschen, also das ist nichts. Das heißt nichts Gutes. So, vielleicht kommt wieder das Teil hier. Das war mal was geschafft. Und das nächste Mal auch noch. Oh, also das war super knapp. Eigentlich hat er mich getroffen, aber... Wie gesagt, er sieht ein paar kleine Max hier. Oh, stopp. Pils. Ich glaube in irgendeiner Röhre kann man noch einen in irgendeine Hand nehmen. Vielleicht erst später oder so, keine Ahnung. Ja, muss der ja kommen. Ich glaube ich gehe etwas an der Röhre. So, und da ist sogar ein Pils. Weiter geht's. Zack. Äh, falsche Richtung. Oh, verdammt. Verdammt, ich dachte ich wäre jetzt K.O. Das war wirklich hart. Okay, das war doof. Also, solange ich nicht sterbe... ...geht's ja noch, ne? Ich glaube hier geht's in so eine Eiswelt. Verdammt. Nein. Nein, wirklich. Ich hätte das Spiel doch noch so ein bisschen in Erinnerung. Nach sechs Jahren, ich glaube es nicht. Oh, ich kann so schnell nicht umschwimmen mit diesen Tasten, ey. Das ist wirklich unglaublich schwer. Oh, nee. Von ganz von vorne. Oh, das ist doch nicht wahr. Also, glaub mir, ich nehme die Rohre nicht noch einmal. Ich bin nur Ärger bereitet, so. Das ist jeder Pils. Ach. Jetzt kommt die Schildkröte wieder. Ja, 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 ja. So, das ist der Pils. So, das ist der Pils. Das war's. So, jetzt kriege ich dich wieder. Dann wäre ich nämlich hier rausgekommen. Wie komme ich denn hier hoch? Hä? Der kann... Nein! Boah, das war knapp jetzt. Okay, ich glaube, das war so. Nein, so. Nein, auch nicht. Dann so. Komm schon. Oh nein. Und wieder eine unnötige Stelle, wo ich sterbe. Ich glaube, jetzt war die Halbzeit eine Linie übertreten. Das heißt, es hat gespeichert. Einfach überspringen. Oh, das war fast zu weit. Aber auch nur wirklich fast. So. So. Oh mein Gott. Nehmt das denn nie ein Ende? Nein! Verdammt, ich bin zu früh abgesprungen. Ein Leben noch. Ein einziges Leben noch. Ich sterbe. Wow, das war echt knapp. Oh nein, ich darf schon wieder. Peinlich, peinlich, peinlich. Also, ich weiß nicht, was das jetzt sollte hier. Alle fünf Versuche waren ausgeschöpft. Das ist doch nicht wahr. Wie schlecht war ich denn gerade? Unnötig. Ich hätte einfach weitergehen können. Nein, ich muss ja unbedingt mit dem Panzer spielen. Knapp. Jetzt habe ich natürlich keinen Pilz bekommen. Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Ach nee, doch lange nicht. Ich dachte schon, wir sind schon immer in der Halbzeitlinie. So, dann schauen wir hier rüber, sammeln wir mal rein und gehen einfach weiter. Durchrennen, durchrennen. Anhalten, rennen. Raufspringen, raufspringen. Weiter gehen. Kasten, Kasten, Kasten. Okay, da kommt keine Blu... äh, kommt die Blu irgendwie nicht raus. Warum auch immer. Weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen. Weiter. So, ich weiß, ich bin ein Spielkind, aber ich brauch... Ja, das was da oben ist, Yoshi. Kann ich es ganz locker loslassen? Kann der mal da oben stehen bleiben, so? Endlich. Kann der die aufhessen, ich glaube, ne? Kann der die aufhessen, ich glaube, ne? Hey, Quatsch, stärker genug, keine Feuer, Pferde aufhessen. Also, ich glaube, das wäre ne Nummer zu groß für Yoshi. Hey, 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 hey. Jetzt aber wieder hier. So. Schinken, ich hab das... Ich hör irgendwie Schinken. Na, egal. Vielleicht nur in... Hört sich aber trotzdem an wie Schinken kennen. Schinken. Schinken. Alter, er hat nicht eine Blume bekommen. Super Sprung und endlich haben wir das Level geschafft. Dafür haben wir wirklich lange für gebraucht. Aber wirklich lange für gebraucht. So, das nächste Level. Ich weiß jetzt nicht, was es ist, ich lass mich überraschen. Oh, das kenne ich noch. Nashi, nein. Nein, hier sind doch überall blaue. Wir hätten so schön fliegen können. Einfach durchs Ziel. Oh nein, du musst es ja runterfallen. Die Raketen, die sehen irgendwie gar nicht so schlecht aus. Für dieses Spiel. Also, die sehen wirklich ganz gut aus. Die Welt sieht natürlich... Die Welt sieht natürlich... Ja... Schäse aus. Äh, ich hab auf die Sprung-Taste gedrückt. Und... Boah... Das war sehr knapp. Hey, Doppeltoch. Doppel gemobbelt. Eieiei. Sehr knapp. Komm schon, ich sag doch spring hoch. Jetzt aber. Ui. Okay, das ist nicht das Level mit dem febenblauen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Fün... äh, fünf Tierarzt. Auf jeden Fall diese links hier. Schade. Das heißt, es gibt noch so ein ähnliches Level. Nein. Egal. Wer braucht schon eine Halbzeitlinie? Also, ich hoffe das ja auch so. What? What is this? This is very, very, äh, heavy. Mist. Gut, schon. So. So. Nein. Uuuh. Da. Und rüber. Da ist die Ziellinie. So. Jetzt sind wir bei der Burg. Niiiui. Jetzt sind wir endlich bei der Burg.